Jo liebe Leute, wiederholen uns heute mal das Lied an von PS4 Schocken mit Garni. Garni hat ein Lied gesungen und ja, hier geht ihm nicht dafür vor der Lied, was er sung hat, hier geht ihm nicht. Gleich nett und freundlich bei ihm, wenn ihr bei ihm rüber geht. Bitte nett und freundlich sein. Und ja, ihr seht ja den YouTube-Kanal von ihm eingebendet. Das ist der YouTube-Kanal von ihm, PS4 Schocken mit Garni und ich habe ihm auch als Kommentar angepinnt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ihn abonnieren, liebe Freunde. Und ja, hier geht ihm nicht. Ja, in dem Lied von ihm drin ein paar Fehler drin, wo er singt. Aber hier geht ihm bitte gar nicht, liebe Freunde. Und wir hauen mal rein und endlich meine Meinung. Ich lasse das Lied mal vor euch durchlaufen und los geht's. Neues in der Stadt, da sah ein Mann, da schaute mich so glücklich an. Hey komm mal her, sagte er zu mir. Das war seine Worte für ein Revier. Junge, ich hab ein Geheimnis zu dir. Was er von mir wollte, wusste ich nicht. Ich hab'n Puff und meine Puffmama heißt Leila, die ist jünger und jünger, geiler. La 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 Ich hab'n Pupp und meine Pupp-Mama heißt Leila. Ich hab'n Pupp und meine Puppe und meine Puppe und meine Puppe und meine Puppe. Die Puppe und meine 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 Pupp Aber Leute, bitte häkelt ihm nicht, seid nett und freundlich zu ihm. Wenn euch das gefallen hat, was er jung hat, dann geht auf ihm deinen Kanal und lacht ein Abo bei ihm gar. Link hier unten als Kommentar angepinnt, das ist dein YouTube-Kanal und natürlich auch dein TikTok-Kanal und natürlich auch dein Instagram-Kanal. Habe ich alles hier unten für euch verlinkt, alle Kanäle von ihm sind hier als Kommentar und angepinnt. Das sind alle Kanäle von ihm, dein YouTube-Kanal, dein TikTok-Kanal und dein Instagram-Kanal. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ihm ja überall folgen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch paar nette Kommentare bei ihm gar lachen. Weil das League war auch mega geil, oder nicht, was er gesungen hat, liebe Freunde, war auch mega geil, das League. Und ich wollte mich folgen, wenn er mehr davon machen würde. Wie geht es bei euch auch? Wollt ihr euch auch folgen, wenn er mehr davon machen würde, oder nicht? Schreibt mir mal einen Kommentar und ja, liebe Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war hilfreich, hat euch weitergeholfen. Den YouTube-Kanal von ihm habt ihr ja in Hintergrund gesehen. Und ja, natürlich hier unten als Kommentar auch alles angepinnt. Das sind alle Kanäle von ihm, IncaGum, Kikkot und YouTube-Kanal von ihm. So, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Ist mal was gemacht anders, habe ich mir gedacht, machen wir mal. Und ja. Natürlich hat Garni auch ein bisschen Angst gehabt, wie ihr darauf reagiert. Er hat ein bisschen Angst gehabt, er hat schon gesagt, hoffen mich hegen die Leute mich nicht danach. Und ich habe gerade gedacht, Alter, gar nicht, du brauchst gar keine Sorge haben. Die Leute wollen dich gar nicht hegen für. Warum wollen die Leute dich denn gar verhegen? Warum? Also, Garni war auch gut. Also, ich verkeh nicht, warum er gar Sorge hatte, liebe Freunde. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, warum er Sorge hat, aber... Garni war auch gut gewesen. Juck, er hat ein paar Fehler drin, ja. Aber das kommt bei jedem vor. Das kommt bei jedem vor. Jeder hat ein paar Fehler drin. Auch wenn ich ein Lied singe, habe ich auch ein paar Fehler drin, ja. Aber dafür hecken ja die Leute nicht, ja. Nur wegen ein paar Fehler in den Lied, ja. Er hat sich Mühe gegeben. Das ist das passiert. Das hat sich Mühe gegeben bei einem Lied. Und man hat auch gemerkt, er hat richtig Folge an gegen den Lied gehabt. Er hat Folge gegangen gehabt, hat Barca gegangen gehabt. Also, von daher, Leute. Hecke ich ihm dafür nicht, liebe Freunde, ja. Lacht ein paar Necke, kommen Kaga bei ihm gar. Lacht noch ein Abo bei ihm gar. Und dann ist es gut, liebe Freunde. Geht nek und folgendes, liebe Freunde. Vergangenheit hat wirklich Angst gehabt, dass ihr ihm hekelt. Ich hoffe nicht, dass ihr es macht. Aber er hat wirklich voll gammt Angst, dass er ihm hekelt. Und bitte macht es nicht. Leht nek und folgendes, bei ihm lacht ein paar Necke, kommen Kaga. Und, ja. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Das war's mit dem Video. Falls Garni nochmal anfangen, liegt Raucher und Golke. Wollt ihr natürlich darauf reagieren, liebe Freunde. Und, ja. Wenn nicht wahr, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Garni ist ein guter Schocker-Kollege, mit dem ich Gang auf Schocke. Und, ja. Lacht ein Abo bei ihm gar. Vorlieges liegt. Was er so hat. Vielen Dank. Garni. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Das war's, Lieb. Von Garni. Lacht ein paar Necke, Kommentare bei ihm gar. Und abonniert ihn. Alles hier unten, als Kamenka angepinnt. Dein Kikko-Kanal, YouTube-Kanal und Instagram-Kanal. Gut, Leute. Ciao. Ciao. Vielen Dank.